Das war dein erstes Spiel für Rapid. Was denkst du über diesen Tag? Es ist ein spezieller Tag für dich? Ja, sicher. Es ist ein spezieller Tag für mich. Das erste ist mein Geburtstag. Ich bin auch glücklich, das erste Spiel mit Rapid zu spielen. Ich bin glücklich. Wir spielen ein gutes Spiel. 1-1, wir können uns glücklich sein. Das gute Spiel gegen Celtic. Was denkst du über unsere squad und unsere Gegner? Ich denke, wir waren in der ersten Halbzeit besser. In der zweiten Halbzeit auch. Es war ein glücklich, dass wir ihnen ein Goal gegeben haben. Aber wir waren viel besser als sie. Jetzt konzentrieren wir auf das Trainingcamp. Wie ist die Atmosphäre da? Es ist sehr gut. Ich bin sehr überrascht. Die Team sind sehr entspannt. Ich bin sehr glücklich, dass ich hier bin. Ich denke, ich habe auch ein Platz in diesem Team. Also, du bist hier in der nächsten Woche? Ich kann mich auf den Anfang der Saison erwarten. Ich kann mich auf die Saison erwarten. Ich denke, wir können viele große Dinge mit diesem Team machen. Danke schön zu alle Rapid-Fans, die mich für mein Geburtstag haben. Danke schön. 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 Vielen Dank.